Feuer doch mal! Feuer! Warum schießt denn der nicht? Ist das ne Blind-Pese. Und du? Warum schießt du nicht? Ist doch egal, wenn die Hälfte dann neben dir überhaupt so schießt. Oh man. Das ist doch nicht wahr. Wenn Dreh um. Dreh um. Weißt du wieso, ob du dann parallel fährst. Ach, ich hab das doch nicht. Tch. Oh, du hier. Man zieht mir ein dritter Chipper. Jetzt Feuer doch doch mal. Ich hab's doch nicht. Ey. Kann man die selber auslösen hier irgendwo? Jetzt feuert der noch, siehste. Jetzt kommst du ja ein Schuss weiter los. Jetzt kannst du. Feuer! Oh ja. Auf der neue Seite. Ja. Der war ja gut. Und du? Bist du eben gleich auf, oder was? Ist das ja verliegt das Schiff hier wahrscheinlich noch, oder was? Beeilte euch. Vorbeigeschossen jetzt. Rammen sie sich immer noch noch. Behindern sie sich immer noch gegenseitig. Das ist doch alles nicht wahr. der schießt immer weiter ja schon fast so weit ihr habt den mann was macht ihr denn ist doch nicht es sollt nicht zu verrückt werden wo fahrt ihr denn hin? ihr sollt den angreifen hier ich weiß das nicht ja und noch mal los hier der schmerzt ja schon mal gut ja egal ob es auch nichts passiert dreh mal los umstellen so ja los hier bin ne breitseite dann ist er weg dann alle auf ihn und dann haben wir oh schwer geburt hier heute los mach doch mach doch feuer feuert jetzt los schießt der Uhr ja jetzt auf ihn genau das haben wir ihn jetzt behindern die sich wieder ach alter eine sefer die ist lustig wo schießt er denn blöde blöde folgende blöde vielleicht noch der blöde 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 Vielen Dank.